MDR Sachsen-Anhalt 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 Oder warst ihr einfach nur unkonzentriert? Woran kann sowas liegen? Ich denke, wir spielen ganz gut, aber wir haben vielleicht vier von sechs Meter Wurf nicht getroffen. Und das ist wichtig in den letzten zehn Minuten. Und ja, ein bisschen diese zwei Minuten auch. Wir spielen fünf gegen sechs und das ist immer schwer. Ich bin sehr zufrieden mit den zwei Punkten, aber ich möchte gerne, dass wir besser für 60 Minuten spielen. Köpping ist eine gute Mannschaft und das ist nicht immer da. Du kannst spielen 40 Minuten gut Handball und haben zwei Punkte. Es ist total großartig. Ich meine, wir haben so ein Herzschlag-Finale hier gerade erlebt. Was machen Yannick und Jakob? Kriegen doch jetzt auf jeden Fall irgendwie ein Kasten Bier ausgegeben oder nicht? Oder wie sieht das aus? Ja, wir haben dich Spieler auf dem Spiel. Ist das deutsch? Spiel ist deutsch. Ja, okay. Aber Jakob hat nicht viel gespielt, aber das war sehr, sehr wichtig und hat diese Tasche bekommen. Aber ohne Yannick ist das nicht möglich. Danke Yannick auch für diese zwei Punkte. Und natürlich auch dank dem Publikum mal wieder großartig. Es war schon eine diffizile Stimmung heute. Es war so, als ob wir alle so langsam mal wieder in Gange kommen müssen. Ich glaube, dass das dann ab dem nächsten Spiel noch besser funktioniert. Wo ist denn deine Silbermedaille? Ich meine, du musst doch eigentlich den ganzen Tag fröhlich pfeifend durch die Stadt gehen. Mensch, Silbermedaillengewinner. Oder ist es wirklich so, ich habe mich mit deinem Trainer unterhalten mit Benno und der hat dann halt auch wirklich gesagt, nee, die Silbermedaille gut und schön, der wollte da wirklich Gold holen und deshalb ist er sogar mit ein bisschen wehmütig zurückgekommen. Ist das wirklich so? Ja, das ist richtig. Aber wir haben dich alle lieb. Ja, das ist schwer zu schlagen in Frankreich zu Hause und wir wissen das, aber wenn du ein Finale spielst, möchtest du gerne gewinnen. Und ja, wir haben die erste Halbzeit super gespielt. Ich habe meinen Kumpels per SMS geschrieben, die holen das Ding. Ich war so für euch. Ja, und dann haben wir vielleicht nicht mehr Kraft in der zweiten Halbzeit. Und Frankreich war ein bisschen zu gut. Die sind auch körperlich ganz schöne Bullen, wenn man da so gegenrennt. Wie fühlt sich das an gegen den Mittelblock? Ich möchte gerne nicht spielen gegen Karabatic und so rein wo. Und ich bin zufrieden, dass ich nicht gegen diese Spielerinnen jeden Tag spiele, aber sie sind auch Mensch. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Kraft hatten wir eine gute Möglichkeit für diese Kult zu nehmen. Aber wir sind auch sehr, sehr zufrieden mit Silber. Das ist klar. Also, wir sind auch froh, dass du da bist. Du erinnerst dich, als wir unser erstes Interview miteinander geführt haben. Du bist ein bisschen verletzt hier erstmal hergekommen. Wir haben dann, weil wir nicht über Handball so richtig sprechen konnten, weil du so verletzt warst, haben wir über Fußball geredet und über Pubs in Magdeburg und so. Warst du jetzt schon mal ein Whisky trinken irgendwo? Jetzt? Oh Sullivan, ihr wisst, da putzt man sich mit Whisky glaube ich die Zähne. Nein, das war ein Witz und nicht zu Hause nachmachen. Ich weiß nicht, wann Benno diese gehört. Halt mal die Hand vor die Kamera. Nein, aber das ist klar. Magst du die Stadt? Ja, super. Ja, super. Und ja, das war schwer in der Start, weil ich kein Deutsch kenne. Aber jetzt ist das viel, viel besser. Und das war ein Problem. Und ich komme zurück von der WM für vier Wochen ohne Deutsch und dann direkt nach Magdeburg. Das war ein bisschen schwer. Und dann jetzt direkt in den Fan-Talk? Das auch. Aber jetzt ist das viel, viel besser mit dieser Woche zusammen. Erst in Baulingen und in Koldingen. Das ist immer gut für die Mannschaft. Okay. Na, ich würde dann mal an dieser Stelle sagen, du kriegst nochmal einen riesengroßen Mega-Applaus. Wann immer sie auch diesen Menschen treffen in der Stadt, morgen oder noch, also so ein Spiel wirkt ja auch manchmal nach. Und ihn umarmen wollen und um ihn rumtanzen, so wie ich das mache, weil ich halt auch bloß ein grün-roter Handballzwerg bin. Irgendwie seien sie nicht überrascht, wenn er sagt, ja, das war ganz gut, was wir da gemacht haben. Es ist einfach ein Norweger und die sind halt einfach so. Dankeschön. Bleib uns gut erhalten erstmal. Du bist ein wahnsinniger Gewinn für die Truppe, habe ich den Eindruck. Und dein einziger Fehler seit wirklich Tottenham, die Mannschaft, auf die du stehst, der englische Fußball-Club. Ansonsten ein Wahnsinns-Typ. Dankeschön, Autogramme jetzt. Und ich würde mal sagen, denken Sie dran, es gibt noch Tickets auch für das ARF-Pokalspiel am Sonntag. Kommen Sie unbedingt her, weil wir sind hier eine große Familie. Hier wird keiner ausgeschlossen, alle mögen sich, alle sind für den gleichen Verein und wir treffen nur so einen geilen Typen hier. Ist doch einfach, was will man eigentlich noch mehr? Will man ja nicht mit Lego-Bausteinen spielen zu Hause, oder? Kommen Sie gut nach Hause und ich gebe ab an die Pressekonferenzen. Vielen Dank.